Ich bin Sabine Nuss, ich arbeite für den Karl Dietz Verlag in Berlin. Das ist auch der Verlag, in dem die Werke von Marx und Engels erscheinen und natürlich auch die Werke von Rosa Luxemburg. Ich selber habe mich mit Eigentum beschäftigt seit meinem Studium und habe die verschiedenen Dimensionen dabei herausgearbeitet, also die ökonomische Dimension, die soziale, die philosophische, die historische, auch die erkenntnistheoretische und das war auch die Brille, mit der ich Rosa Luxemburgs ökonomische Schriften gelesen habe. Wenn man jetzt bei Rosa Luxemburg explizit irgendwas zum Thema Eigentum finden möchte, ist es ein bisschen schwierig. Man würde jetzt erst mal so vorgehen, dass man nach dem Inhaltsverzeichnis guckt, gibt es da irgendwo so ein Kapitel, das Eigentum oder das Privateigentum und das findet man nicht. Also es gibt jetzt keinen expliziten Text, wo man irgendwie sagen könnte, da hätte sie sich jetzt explizit nur mit Eigentum beschäftigt, aber natürlich kann man eigentlich ihre ganze Theorie oder ihre ganze Entwicklung der Akkumulationsdynamik des Kapitals lesen als eine Analyse der Eigentumsverhältnisse oder der Aneignungsverhältnisse. Und man kann das an einem Punkt sehr deutlich machen mit ihr, also auch mit ihrer eigenen Prämisse, weil sie ihrer ganzen Analyse eine Vorannahme vorausschickt, die so die große Klammer bildet, würde ich jetzt mal sagen, ihrer Analyse. Und die möchte ich kurz skizzieren. Und zwar geht es darum, dass sie davon ausgeht, es gibt eine Naturkonstante menschlicher Existenz. Und diese Naturkonstante bedeutet, die gibt es immer überhistorisch, die ist immer gültig. Und die besteht im Wesentlichen aus zwei Aspekten. Der eine Aspekt ist, dass sie davon ausgeht und das ist fast schon auch ein bisschen banal, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Das heißt, du kannst als isoliertes Individuum nicht von Säuglings oder von Geburt an existieren. Das geht nicht. Der Mensch kann nicht alleine überleben, wenn er nicht in Gemeinschaft ist, also von klein aus sozusagen. Und die zweite Konstante ist, dass wann immer Menschen miteinander aufeinander zusammentreffen, müssen sie sich irgendwie reproduzieren. Das bedeutet Natur aneignen. Und aneignen steckt Eigentum schon ein bisschen drin. Und diese Naturaneignung vollziehen sie zum einen über Werkzeuge, mit der sie Natur bearbeiten. Also jetzt zu einem historisch späteren Zeitpunkt würde man Produktionsmittel sagen. Und sie vollziehen diese Naturaneignung arbeitsteilig. So und Rosa Luxemburg hat Unterschieden zwischen dieser überhistorischen Konstante, die immer gilt. Und dann hat sie gesagt, wie aber diese Menschen jeweils sich zueinander verhalten, indem sie arbeitsteiligen Natur sich aneignen, das unterscheidet tatsächlich die historischen Epochen. Und sie formuliert das in der Einführung in die Nationalökonomie. Das waren die Schriften, mit denen sie sich vorbereitet hat auf den Unterricht in der Parteischule. Da schreibt sie das auch so, dass der Kernpunkt jeder wirtschaftlichen Epoche besteht mehr oder weniger in dem jeweiligen Verhältnis der Individuen zu den Produktionsmitteln. Und in ihrer ökonomischen Hauptschrift, das ist die Akkumulation des Kapitals, das ist so die berühmteste Schrift von ihr zu den ökonomischen Themen, da formuliert sie das ganz ähnlich. Andererseits ist der gesellschaftliche Produktionsprozess selbst auf allen gesellschaftlichen Entwicklungsstufen eine Einheit von zwei verschiedenen, wenn auch eng miteinander verknüpften Momenten. Der technischen und der gesellschaftlichen Bedingungen, das heißt der bestimmten Gestaltung des Verhältnisses der Menschen zur Natur und der Verhältnisse der Menschen untereinander. Das heißt, sie hat sich nicht nur mit den Aneignungsverhältnissen auseinandergesetzt im Kapitalismus, sondern auch mit vorkapitalistischen historischen Aneignungsweisen. Sie hat sich sehr akribisch mit vorkapitalistischen Produktionsweisen beschäftigt, das heißt sie hat sie sehr genau beschrieben und zwar alle möglichen. Sie hat sich beschäftigt mit der sogenannten Frohnwirtschaft, dem Feudalismus. Sie hat sich aber auch außereuropäische Kulturen angeguckt, wo sie selber sagt, sie hätte sich verschiedene Entwicklungsstufen dieser, heute würde man vielleicht sagen Communities betrachtet. Angefangen bei den sogenannten, so nennt sie das, primitive kommunistische Horden von Jägern und Sammlern bis hin zu kleinbäuerlichen, handwerksmäßigen Warenproduktionsgemeinschaften, wobei man sagen muss, dass diese Warenproduktion dann nur einen Überschuss betroffen hat. Also da war noch keine wirklich dominante Durchdringung von Waregeldtausch. Da wurden dann auf lokalen Märkten kleine Überschüsse der landwirtschaftlichen Produktion verkauft. Sie hat sich auch sehr genau angeguckt, wie zum Beispiel die germanische Marktgenossenschaft, also so mittelalterliche Produktionsstrukturen funktionieren und da hat sie ihr Augenmerk sehr darauf gelegt, wie die kollektive Landnutzung funktioniert hat. Also wie zum Beispiel das Land vergeben wurde an die Familien nach, per Zuteilung nach Los. Und in welchen Zeitspann wer welches Los wann gekriegt hat und welche Kriterien waren daran gebunden. Das hat sie alles sehr genau beschrieben. Und man kann sagen, also sie war sich durchaus dessen bewusst, dass auch das natürlich in Herrschaftsverhältnissen stellenweise stattgefunden hat. Klar, Feudalismus war Leib-Eigenschaft. Und sie hat das jetzt nicht unbedingt romantisiert. Aber sie hat festgestellt, das kann man irgendwie so als der große gemeinsame Nenner dieser vorkapitalistischen Produktionsweisen identifizieren, dass das wesentliche Produktionsmittel vorkapitalistischen Zeiten der Boden war. Tatsächlich. Die sehr enge Anbindung von Land und Mensch, was dazu geführt hat, dass die über weite Strecken Subsistenz gelebt haben. Das heißt, also ich sage jetzt mal so ganz lapidar von der Hand in den Mund. Und diese Substenzproduktion, sie hat es auch Naturalwirtschaft genannt, die hat sie sehr genau beschrieben. Und da hat sie sich auch so anthropologischen Studien bedient und hat das gelehrt. Und das war ihr sehr wichtig. Sie hat sich deshalb so ausführlich mit den vorkapitalistischen Aneignungsweisen beschäftigt, weil zum einen ist natürlich im Kontrast, im Vergleich, was heute ist und was früher war, das Verständnis dessen, was heute ist, immer einfacher. Und zum anderen, ich glaube, das ist der wesentlichere Punkt bei ihr, sie hat damit sensibilisiert für die Geschichtlichkeit menschlicher Daseinsweisen und menschlicher Formationen. Und das bedeutet natürlich dann auch, daraus kannst du dann auch schließen, dass auch die kapitalistische Produktionsweise eine geschichtliche, eine historische ist und insofern auch eine vorübergehende. Sie formuliert an einer Stelle ganz lustig, wie ich finde, dass Kapitalismus mit Naturalwirtschaft nichts anfangen kann. Und das ist auch ganz klar vor dem Hintergrund, wie wir ja gerade gehört haben, was so das prägende Element war der vorkapitalistischen Produktionsweisen, nämlich die Subsistenz, Naturalwirtschaft, wenn man sich jetzt noch mal vor Augen führt, dass das Kapital natürlich als ganz, ganz wichtige Quelle der Schaffung von Wert oder Mehrwert Arbeitskraft benötigt. Und zwar Arbeitskraft, die gezwungen ist zu arbeiten, fürs Kapital einerseits. Und andererseits Kapital auch die Produkte oder die Waren, die es produziert, irgendwo verkaufen muss auf einem Markt. Und du bist dann aber mit Leuten konfrontiert, die sich selbst versorgen. Dann ist schon relativ schnell klar, dass kapitalistische Produktionsweise, wenn es in solche Regionen kommt, wo noch Subsistenz vorherrschend ist oder Naturalwirtschaft überhaupt erst mal diese Bedingungen schaffen muss. Das bedeutet diese Bedingungen dafür schaffen muss, dass diese Menschen eben nicht mehr unabhängig sind und nicht mehr von ihrem Land leben können. Und also von den Früchten, die das Land bringt. Und genau das ist das, was in diesem Prozess der Durchsetzung des Privateigentums passiert ist. Die Schaffung der Voraussetzung dafür, dass die Menschen gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen ans Kapital. Und auch gezwungen sind, die Produkte auf dem Markt zu kaufen, die das Kapital tatsächlich dann produziert. Und dieser historische Prozess, die Durchsetzung des Privateigentums, ist über mehrere, also über einen langen historischen Zeitraum vonstatten gegangen und über sehr vielfältige Prozesse, die ausführlich beschrieben worden sind, auch von Rosa Luxemburg. Und die man ganz kurz, möchte ich ein paar Beispiele nennen. Ein ganz bekanntes Beispiel war zum Beispiel Erhöhung von Steuern, so dass die Menschen gezwungen waren, tatsächlich Geld zu organisieren, indem sie dann doch mehr auf dem Markt verkauft haben. Ein weiterer Prozess ist Verschuldung. Es gab auch Gerichtsstreitigkeiten, wo man die althergebrachten Gewohnheitsrechte und die traditionell hergebrachten Rechte bekämpft hat. Und der sicherlich bekannteste Prozess war die schlicht ergreifende, gewaltsame Vertreibung der Menschen von ihrem Land gewesen. Das hat auch Marx beschrieben in der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals, dass man die Leute einfach von ihrem Land vertrieben hat. Man hat dann Zäune gebaut und die kamen dann nicht mehr zurück. Und da gab es Aufstände, da haben sie die Zäune wieder eingerissen. Und im Laufe der Jahre ist es dann am Ende, um es mal zusammenzusurren, auf dem kurzen, also wie unter dem Brennglas, dazu gekommen, dass diese Menschen, die vom Land vertrieben worden sind, am Ende gezwungen waren, ihre Arbeitskraft später dann in den Städten, in den Fabriken zu verkaufen. Und dieser Prozess zog sich über nach Rosa Luxemburg. Sie hat es so verortet, es begann so Ende des Ausgangs des Mittelalters bis weit ins 19. Jahrhundert hinein haben sich diese Prozesse entwickelt, wo, wie gesagt, das Privateigentum sich durchgesetzt hat. Und man kann das bilanzieren als ein Prozess der sowohl strukturellen Gewalt als auch ein Prozess der physischen Gewalt, in der sich das Privateigentum durchgesetzt hat. Wir machen jetzt mal tatsächlich einen Schnitt, also wir stellen uns jetzt vor, historisch ist der Prozess der ursprünglichen Akkumulation abgeschlossen und führen uns mal kurz vor Augen, dass durch die Durchsetzung des Privateigentums eine neue soziale Rolle geschaffen wurde, in die die arbeitenden Menschen sozusagen hinein vertrieben worden sind. Diese neue soziale Rolle ist in Rosa Luxemburgs Worten die der Eigentumslosen dann tatsächlich. Eigentumslose Arbeiterinnen und Arbeiter. Wobei das Eigentumslos jetzt aus heutiger Perspektive möglicherweise missverstanden werden kann. Man denkt vielleicht, ja gut, damals, da hatten wir dann wirklich kein Eigentum mehr, als sie vertrieben worden sind. Das ist aber so nicht gemeint. Diese Eigentumslosigkeit ist heute immer noch konstituierender Bestandteil der kapitalistischen Produktionsweise und ist, kann man so sagen, die ökonomische Dimension von Eigentum. Ausgehend davon, dass du es jetzt mit eigentumslosen Menschen zu tun hast, die genau deshalb, weil sie eigentumslos sind und keine Produktionsmittel mehr haben, gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, beschreibt Rosa Luxemburg dann sehr nah an Marks Mehrwerttheorie, sie paraphrasiert sie sozusagen, wie genau diese Akkumulationsdynamik des Kapitals funktioniert. Und die funktioniert folgendermaßen. Das Kapital kauft Arbeitskraft, Natur, Ressourcen, Produktionsmittel, Werkzeuge, alles Mögliche, um dann in einem Arbeitsprozess die Arbeitskraft so arbeiten zu lassen, mit dem einzigen Motiv, dass das Kapital, was vorgestreckt wurde, durch den Verkauf auf dem Markt wieder vermehrt zurückfließt. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es zu dieser Vermehrung? Und diese Vermehrung kommt so zustande, dass die Menschen, die arbeiten, die die einzigen sind, die etwas produzieren können, was es vorher noch nicht gab, einen Neuwert entsprechend schaffen. Von diesem Wert, den sie da insgesamt neu produzieren, erhalten sie systematisch immer nur einen Anteil, der ihnen dazu dient, ihre Arbeitskraft zu reproduzieren, dass sie am nächsten Tag wieder arbeiten gehen können. Es ist ein bisschen so, als würde man seinen Akku aufladen. Das ist das, was die arbeitenden Menschen bekommen, damit sie ihren Akku wieder aufladen können. Das, was sie tatsächlich dann an mehr noch produzieren, das machen sie unbezahlt. Und das ist das, was dann am Ende sich niederschlägt in den Bilanzen als Gewinn oder Profit oder wie auch immer. Und es gibt eine Akkumulationsdynamik, die so aussieht, dass dieser Prozess, Kapital zu investieren, um sozusagen es zu vermehren, kein Ende kennt. Es ist maßlos. Das liegt unter anderem an den Konkurrenzstrukturen, dass du natürlich in der Konkurrenz immer versuchen musst, besser, schneller, weiter, billiger zu sein. Was Rosa Luxemburg herausgearbeitet hat und wofür sie auch sehr bekannt ist, ist, dass sie sagt, wenn die arbeitenden Menschen systematisch immer weniger bekommen als das, was sie tatsächlich produzieren, dann ist aus der Perspektive des Kapitals ständig eine Unterkonsumption da. Das heißt, das Kapital ist ständig mit dem Problem konfrontiert, dass das, was sie produzieren oder was sie produzieren lassen, sich nicht verkauft, weil es gar nicht von allen gekauft werden kann, weil die, die es produzieren, immer weniger bekommen von dem, was sie produzieren, sozusagen. Und auch die Kapitalistenklasse, die ja auch etwas konsumiert, gleicht das nicht aus. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, diese Unterkonsumtionstheoretische Perspektive aus der Sicht des Kapitals. Und Rosa Luxemburg hat daraus sehr weitreichende Folgerungen gezogen. Sie hat daraus geschlossen, wenn es so ist, dass das Kapital ständig auf der Suche ist nach neuen Absatzmärkten, dann expandiert es in Gebiete, wo es noch keinen Kapitalismus gibt. Und das ist sozusagen aus ihrer Perspektive notwendig für die Existenz des Kapitalismus, dass es auch Gebiete, Territorien gibt, die nicht kapitalistisch sind. Sie nannte das nicht kapitalistisches Milieu. Das heißt, das ist schon eine sehr weitreichende Schlussfolgerung gewesen, dass sie gesagt hat, Kapitalismus kann nur existieren, wenn es irgendwo auf der Erde noch weitere Gebiete gibt, die noch nicht kapitalistisch organisiert sind. Diese Annahme von Rosa Luxemburg, dass Kapital, Kapitalismus zu seiner Existenz nicht kapitalistisches Milieu braucht, war im Grunde genommen auch der Kern ihrer Imperialismus-Theorie, ihrer Kolonialismus-Theorie, weil sie am Ende gesagt hat, dass die Nationen gegeneinander konkurrieren um die Gebiete für ihre jeweiligen nationalen Kapitale und dass das dann in kriegerischen Auseinandersetzungen auch endet. Oder dass auch das gewaltsame Eindringen von Staat und Kapital in die Kolonialgebiete, auch das begründet sie sozusagen genau mit dieser Notwendigkeit des Kapitals zur eigenen Reproduktion in nicht-kapitalistische Milieus einzudringen. Nun ist es so, dass wenn man das jetzt konsequent weiterdenkt, was Rosa Luxemburg da vorausgesetzt hat, man sagen müsste, wenn dann der Kapitalismus weltweit sich verbreitet hat, dann ist irgendwann Schluss. Ungefähr so hat es dann auch gedacht tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass man Rosa Luxemburg vorwerfen könnte, sie hätte jetzt eine platte Zusammenbruchstheorie oder so damit formuliert. Also das auf gar keinen Fall. Aber sie hat schon beschrieben oder sie ist schon davon ausgegangen, dass der Kapitalismus, wenn es dann keine Territorien mehr gäbe, kein nicht-kapitalistisches Milieu mehr gäbe, dass der dann in Krisen gerät. So würde sich das irgendwie dann eher zeigen. Krisen, Stagnation, Kriege, also Gewalt und so weiter und so fort. Also so ganz grob und vereinfacht geschildert war so ihre Vorstellung. Und Rosa Luxemburg ist schon zu ihrer Zeit sehr kritisiert worden, weil diese, ihre Akkumulationstheorie, wie gesagt, mit diesem Blick der Unterkonsumtionsannahme aus Sicht des Kapitals, hat sie ja eigentlich in Abgrenzung und in Kritik an Marx formuliert. Und man hat ihr dann vorgeworfen, dass sie da Marx nicht richtig verstanden hätte. Und in der Rezeptionsgeschichte damals war das also auf jeden Fall eine breite Diskussion. Nichtsdestotrotz, auch wenn man das vielleicht theoretisch hinterfragen kann, wie sie das formuliert hat und auch wenn das jetzt empirisch auch sich gezeigt hat, dass das Kapitalismus sich auch global verbreiten kann und deshalb nicht ans Ende kommt, hat man mit ihrer Akkumulationstheorie eine reichhaltige Inspirationsquelle. Man kann immer noch bis heute die Prozesse so beschreiben, wie sie es beschrieben hat. Es ist auch tatsächlich in den Debatten in der Literatur bis heute noch ist sie Bezugspunkt mit dieser Akkumulationstheorie. Wie zum Beispiel, um jetzt nochmal David Harvey zu nennen, der beschrieben hat unter Bezugnahme auf Rosa Luxemburg, wie zum Beispiel Wissen über Heilpflanzen, was traditionell seit Jahrhunderten in bestimmten Communities vorhanden war, in Wert gesetzt wird von kapitalistischen Pharmakonzernen zum Beispiel über die Sicherung von Patenten. Wie auch das interpretiert werden kann als eine dieser Dynamiken, die sie da beschrieben hat. Also dass das Kapital ständig auf der Suche ist nach neuen Anlagesphären. Das kann dann mitunter tatsächlich auch passieren und so weit gehen und das gibt es bis heute noch, dass eine Landvertreibung stattfindet und dass Menschen, die auch heute noch in bestimmten Regionen der Welt viel Subsistenz leben, vertrieben werden und das sind dann Momente oder Prozesse, die man wirklich noch beschreiben kann als eine ursprüngliche Akkumulation. Und so wurde quasi ihre Idee und ihr Theorem von einem nicht kapitalistischen Milieu vielfältig in den Debatten auch teilweise erweitert oder uminterpretiert, gerade in der ganzen Care-Debatte zum Beispiel, wo man davon gesprochen hat, in Anlehnung an Rosa Luxemburg, dass das Kapital tatsächlich nicht kapitalistische Milieus benötigt, zum Beispiel die ganze Care-Ökonomie, die unbezahlte. Auch das ist ein notwendiger Bestandteil für die Reproduktion des Kapitals, die unbezahlt ist. Und da wurde Rosa Luxemburg so ein bisschen als Inspirationsquelle und Bezugnahme auch in diesen feministischen Diskursen benutzt. Also insofern spielt sie nach wie vor noch eine sehr produktive und interessante Rolle, ganz zu Recht. Rosa Luxemburg war sich durchaus dessen bewusst, dass das bürgerliche Eigentumsrecht eine ganz zentrale Rolle spielt für die kapitalistische Produktionsweise. Sie hat keine ausführliche Analyse des Eigentumsrechts vorgenommen, aber sie wusste, dass es eine zentrale Rolle spielt. Und welche zentrale Rolle das spielt, kann man vielleicht ganz gut erklären an einer Figur, die eigentlich Marx begründet hat, nämlich die Formulierung oder die Figur des doppeltfreien Arbeiters. Und mit diesen doppeltfrei sind genau diese beiden Dimensionen des Eigentums gemeint. Einmal diese ökonomische, frei an Produktionsmittel. Also man kann sagen, dass die Menschen früher befreit worden sind von ihren Produktionsmitteln, um es moderat auszudrücken. Und von da an eben gezwungen waren, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, weil sie keine Produktionsmittel mehr hatten. Das zweite Freie in diesem Doppeltfrei bezieht sich genau auf die rechtliche Sphäre. Die früheren arbeitenden Menschen waren ja auch, also Feudalismus war ja sozusagen dem Kapitalismus vorhergegangen, und da befanden sich die Menschen auch in persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen, also auch in Herrschaftsverhältnissen, möchte ich sagen. Und sie sind in neue Herrschaftsverhältnisse reingeraten. Obwohl es immer so aussieht, weil sie ja aus feudalen Herrschaftsverhältnissen befreit worden sind, wurden sie am Ende rechtlich freie Menschen. Und das ist das zweite Doppelt, also in diesem Doppeltfrei das zweite frei. Und diese rechtliche Freiheit bezieht sich darauf, dass sie frei waren, wo auch immer sie wollen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, während sie früher noch an den Boden gebunden waren in bestimmten persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen. Jetzt sind sie plötzlich freie Rechtssubjekte. Sie können ihre Arbeitskraft verkaufen, sie können Güter kaufen. Also sie sind sozusagen Vertragssubjekte geworden. Und aus der Perspektive der bürgerlichen Gesellschaft, möchte ich jetzt mal formulieren, wird das ja auch immer so gefeiert. Die Emanzipation aus den früheren Abhängigkeitsverhältnissen hat jetzt zum freien Bürger, zur freien Bürgerin geführt. De facto ist es aber so, dass diese neuen Herrschaftsverhältnisse am Ende die rechtliche Freiheit überhaupt voraussetzen, damit man seine Arbeitskraft verkaufen kann und so weiter und so fort. Sodass man sagen könnte, und das findet man nämlich auch bei Rosa Luxemburg, dass die rechtliche Freiheit und die rechtliche Gleichheit, also dass wir alle gleichermaßen Warenbesitzer sind und Besitzer unserer Arbeitskraft und so weiter, die Voraussetzung dafür ist für die ökonomische und für die soziale Ungleichheit und Unfreiheit. Und das greift sozusagen in eins. Und deshalb ist das so eine zentrale Dimension, diese rechtliche Sphäre des Eigentums. Und Rosa Luxemburg war sich dessen durchaus bewusst und sie hat es dann auch so formuliert, dass sie tatsächlich gesagt hat, dass das Proletariat sozusagen sich emanzipieren muss von der Herrschaft des Eigentums. Und da drin steckte sowohl die ökonomische Dimension als eben auch diese rechtliche Dimension. Im Bereich der Rechtsverhältnisse ist das Privateigentum der Grundstein für die bürgerliche Gesellschaft. Das Interesse des Proletariats macht hingegen die Emanzipation des eigentumslosen Menschen von der Herrschaft des Eigentums erforderlich. Also man wird bei Rosa Luxemburg kein wirklich ausgefeiltes, bis ins Detail ausgearbeitetes Konzept eines »Wie könnte ein Sozialismus aussehen« finden. Da befindet sie sich übrigens ganz in der Tradition von Marx und Engels, die auch immer sich ein bisschen dagegen gewehrt haben, so ein positives System aufzustellen. Und das ist auch ein bisschen zurückzuführen auf ein bestimmtes Demokratieverständnis, was Rosa Luxemburg kennzeichnet, dass es nicht darum gehen sollte, dass jemand den Plan hat und gleich eine Avantgarde nach vorne schreitet und sagt, genau so muss das aussehen und jetzt bitte hier alle hinterher, genau so eben nicht. Aber es gibt einen Artikel von Rosa Luxemburg, der ist überschrieben mit »Die Sozialisierung der Gesellschaft« von 1918. Da findet man so ein paar Leitplanken, sage ich jetzt mal. Und da, also man muss auch wissen, vor welchem Hintergrund sie da geschrieben hat. Da war die Revolution und der Aufbau des Sozialismus und so weiter. Und sie hat da geschrieben, dass es vor allen Dingen auch darum gehen müsste, dass die Menschen unter sozialistischen Bedingungen menschliche Arbeitsverhältnisse haben. Sie hat auch geschrieben, dass es darum gehen muss, die Produktivkraftentwicklung voranzutreiben, den höchsten technischen Stand in den Fabriken einzuführen, die Produktivität des Landbaus, des Ackers zu erhöhen, damit eben Wohlstand für alle möglich ist. Und sie hat auch eine Idee von einer Selbstemanzipation der Menschen, die natürlich früher sozusagen unter der Peitsche des Kapitals dann sozusagen selbstverantwortlich und eigenverantwortlich und eigeninitiativ die Produktion in ihre Hände nehmen müssen. Ein ganz zentraler Punkt ist, den sie da auch erwähnt in diesem Aufsatz, dass die Produktionsmittel unter die gesellschaftliche Kontrolle gehen müssen. Das ist natürlich jetzt auch die logische Schlussfolgerung, wenn wir uns angucken, wie die Produktionsmittel unter dem Kommando des Kapitals mit dem einzigen Zweck, dass sich das Kapital verwertet, gestanden haben im Kapitalismus. Es ist logisch, dass sie dann eben in der sozialistischen Formation, wie auch immer die dann genau aussieht, sagt, da müssen die Produktionsmittel in gesellschaftlicher Kontrolle stehen. So, und dann sagt sie was, was ich ganz wichtig finde. Sie sagt, wenn dann diese Produktionsmittel unter der gesellschaftlichen Kontrolle stehen, ist nicht schon die Lösung da, sondern dann fängt erst das Problem an. Das ist nämlich dann die schwierige Aufgabe, die man lösen muss. Wie produzieren wir dann, wenn das ist? Und wie dieser Aufbau auf völlig neuen wirtschaftlichen Grundlagen dann vonstatten gehen könnte, das ist in Rosa-Luxemburg-Sektion ein Suchprozess, bei dem alle gleichermaßen beteiligt sein sollten. Und sie beschreibt dann, es müsste dann darum gehen, die Wirtschaft auf völlig neuen Grundlagen aufzubauen. Dann muss man sich nochmal vor Augen rufen, was bedeutet denn das auf völlig neuen Grundlagen? Und das bedeutet in der Diktion von Rosa-Luxemburg eine neue Aneignungsweise, ein neues Verhältnis der Menschen zueinander bezüglich ihrer Produktionsmittel. Und zwar jenseits von Herrschaftsverhältnissen. So, dass der Mensch nicht mehr als Mittel zum Zweck der Kapitalvermehrung eingesetzt wird, sondern selbst Zweck wird. Es bedeutet auch, dass dann nicht mehr die dominante Vergesellschaftungsform ausschließlich über den wahre Geldtausch erfolgt. Und es bedeutet die Selbstemanzipation der Menschen, wie ich das schon erwähnt hatte gerade eben. Das heißt, es sind sehr weitreichende neue Aneignungsverhältnisse, die man aus dem ziehen kann, wie sie die kapitalistische Produktionsweise beschreibt. Und wie das genau aussehen kann und wie das genau funktionieren kann, das ist nirgendwo ausformuliert, sondern das entsteht dann tatsächlich erst im Prozess der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Also es würde dann tatsächlich darum gehen, so wie Luxemburg das so schön formuliert hat, um die Emanzipation der Menschen vom Eigentum und eigentlich genau genommen vom Privateigentum. Jetzt haben wir 150 Jahre nach der Geburt von Rosa Luxemburg. Wir haben etwa 30 Jahre nach dem Mauerfall und eine Zeit, in der sich das Privateigentum mehr denn je durchgesetzt hat global. Ist also überhaupt nicht zu vergleichen mit der Zeit, in der Rosa Luxemburg gelebt hat. Und nicht nur das Privateigentum hat sich global durchgesetzt, sondern auch die Legitimation und die Wirkmächtigkeit dieser Legitimation. Insofern ist es historisch ein anderer Ausgangspunkt, in dem wir uns gerade befinden. Nichtsdestotrotz kann man beobachten, dass es so eine Art gesellschaftliches Unbehagen gibt und dass sich bestimmte soziale Konflikte zuspitzen. Was unter anderem genau damit zu tun hat, dass das Privateigentum in seiner Bewegungskraft sehr dominant geworden ist. Privatisierungsoffensiven kann man da nennen die letzten Jahre. Ungleichverteilung, Zuspitzung zwischen Arm und Reich stark geworden, Klimawandel, Naturausbeutung. Das sind alles solche Momente, in denen, wo man beobachten kann, dass es so Risse im Gebälk gibt oder so Brüche, in denen dann gesellschaftliche Kämpfe ausbrechen oder Auseinandersetzungen. Und diese Auseinandersetzungen sind häufig genau so ausgerichtet, dass sie versuchen, das, was das Privateigentum sich angeeignet hat, wieder zurückzuholen. Und der historische Kompass solcher emanzipatorischen Kräfte ist schon auch ein bisschen der Profitmaximierung, dem Kapital das abzutrotzen und zurückzuführen. Und was wir, wie ich finde, von Rosa Luxemburg lernen können, ist, dass selbst, wenn das jetzt in einem historischen Moment dann auch mal gelingen könnte, Rekommunalisierung, weiß ich nicht was, Stärkung von genossenschaftlichen Produktionsweisen, wieder ein stärkerer Ausbau der Daseinsvorsorge und so weiter. Was wir mit Rosa Luxemburg lernen können, ist, dass solange die Akkumulationsdynamik des Kapitals die dominante Vergesellschaftungsform ist, stehen diese Dinge immer zur Disposition. Immer. Das heißt, man kann sich da nicht zurücklehnen. Und das Zweite, was man lernen kann, ist, dass man in diesen Kämpfen immerzu den A den Kompass nicht aus den Augen verlieren sollte und B diese Prozesse immerzu als Lernprozesse begreifen sollte. Und nicht schon, das ist jetzt der Sozialismus. Weil von dem Sozialismus weiß keiner, was der eigentlich genau mal werden wird und wie der genau auszusehen hat. Genau das lernen wir erst im Prozess. Und genau das entspricht auch ein bisschen dem Demokratieverständnis von Luxemburg. Und sie hat das selber eigentlich sehr schön formuliert, in einem ganz anderen historischen Kontext natürlich. Aber man kann das, finde ich, auch für die heutigen Auseinandersetzungen und Kämpfe sich zu Herzen nehmen. Und zwar in ihrer Kritik an der russischen Revolution hat sie da einen Satz formuliert, das ist einer meiner Lieblingszitate, den man gut und gerne als Motto mitgeben kann für alle Auseinandersetzungen, die sich irgendwie gegen diese Akkumulationsdynamik des Kapitals zur Wehr setzen und die versuchen, die Bedingungen der menschlichen Reproduktion sich wieder anzueignen. Das Negative, den Abbau, kann man anordnen. Den Aufbau, das Positive nicht. Neuland. Tausend Probleme. Nur Erfahrung ist imstande zu korrigieren und neue Wege zu öffnen. Nur ungehemmtes, schäumendes Leben verfällt auf tausend neue Formen. Improvisationen erhält schöpferische Kraft, korrigiert selbst Fehlgriffe. Das heißt, das ist ein Leben zusammengefacht. Das ist ein Leben zu inspirieren. Vielen Dank.